was geht was geht ab meine freunde ja mann ich bin wieder am start wer hat mich alle vermisst halt der maul halt einfach der maul was geht leute ich hoffe euch geht es allen gut denn ich bin wieder zurück und möchte wieder mehr videos machen für euch unter anderem wird es hauptsächlich Fortnite und Minecraft sein ich möchte auch jetzt mehr in Minecraft machen mehr dar spielen und ja einfach für euch irgendwas cooles verzaubern euch unterhalten und ja ich würde sagen wir reden nicht so viel diesmal sondern sieht man startet einfach eine Solo ohne und spiel mal bis ihr vorn habt zeig euch dann die besten Ausschnitte und so weiter wenn ihr wollt und ehrminder seid könnt ihr mich sehr sehr gerne unterstützen damit supportet ihr mich ein bisschen und ja seid ehrminder ihr könnt auch irgendeinen anderen eintragen einfach den YouTuber den ihr am meisten feiert denn ihr unterstützt diese Person am geilsten ja ihr seht schon hier auch an der seite ich habe diesmal einen Effekt mit am start und ich werde diese ganze aufnahmen wieder über OBS machen und werde mal gucken ob diese Aufnahmen gut sind qualitativ sind und könnt mir ja gerne reinschauen ob die Qualität gut ist oder nicht so gut ist jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video ich lande immer gerne da ich lande immer gerne da keine Ahnung warum haben wir irgendwie so angewunden aber so wie es aussieht gibt es da keine gute Waffen dann P dann P ok 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 Das war's für heute. aufgegeben oder was ich habe den kill aber wenigstens noch bekommen haha aber hat er jetzt aufgegeben oder so was war sein ziel was war denn gerade sein ziel also sein ziel habe ich nicht ganz verständlich laufen wir mal weiter digga ist es sein ernst als ob der mehetscher drifter die bogen sind einfach zu überbaut schaut euch doch den mann digga was für ein camper und dann trifft er auch noch perfekt digga weil das nur pussy auf der seh vor allem ein headshot digga was ist das digga das ist das was ich nicht verstehe warum sind zwei wahnsinnige bogen so überpower digga dass jeder nur noch mit dem bogen headshot trifft naja nächste runde neues glück neue runde neues glück ja 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 oh mein gott den habe ich so hauptsächlich im kart den habe ich mehr als hauptsächlich im kart den habe ich ja mehr als hauptsächlich ich habe es nicht mehr als hauptsächlich im karton Was ist das? Wow! Wow! Oh my God! Oh my God! Yeah, I can't mess me up, diga! Oh my God! That's a bit in a queue, hold up, diga! Oh my God! Oh my God, diga! Nein, diga! Oh man, 16 AP! Ja, was soll ich machen, diga! Das hat ne Spaß, diga! Und ihr hattet kein Mess mehr! Okay, Leute! Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen! Danke, dass ihr am Start gewesen seid! Ich will euch nicht sagen, dass ich der beste Spieler bin! Sondern ich will einfach sagen, dass ihr jetzt neue Videos startet! Und neue Videos werden regelmäßig kommen für euch! Ob das Fortnite Minecraft ist, muss man schauen, wie ich das mache! Ob ich da auch regelmäßigkeit reinbringe! Aber ich denke mal nicht einfach, wenn ihr Lust habt! Mach ein Video für euch schon! Wenn ihr keine Lust habt! Habt ihr Pech gehabt? Ahahahahahahaha! Wir haben alle... Menschlich gesehen ziemlich abstoßend! Ich hab gedacht, ich weiß! Ähm... Ja! Und... Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass ich diese Season auf Level 300 komme! Wäre nice! Letzte Season bin ich auf 280 gekommen! Dann... Peace out!